Yo, hier ist Mr. Mai! Ich habe noch was Nettes entdeckt für die Oculus Rift für 7 Euro drum. Ein nettes Arcadespiel, heißt Bask Heat Ball. Ist ja Arcadespiel, wie gesagt, ein billiges Partyspiel. Wäre lustig, wenn man mehrere Leute hat. Denke ich mir, also könnte ich echt feiern. Ich feiere es so schon, das ist eine richtig coole Idee. Und zwar hat man halt den Basketballkorb, den Ring an seinem Kiefer dran, so in der Art. Und man wird mit Bälle bewopfen und muss sich halt so fangen. Okay, also ihr versteht schon. Einfaches Ding mit der Brille. Ja, guckt es euch an. Ich finde es lustig. Los geht's! Also man braucht dafür nicht die Oculus Touch Dinger, nur den Kopf. Wir checken das Maus hier. Wo gehen wir hin? Arcade machen wir. Arcade kommt immer cool. Da kommt die Bälle und alle Swish. Swish ist wichtig, weil wenn man die nicht Swish trifft, hat man nicht die Zeit. Oh, Gold, ihr seht, ist der Ring größer. Macht es natürlich ein bisschen einfacher. Oh, komm schon, ja, der Gold ist wichtig. Ja, Mann, hier. Okay, okay, okay. Ihr seht schon, ich bin hier voll ab. Oh Mann, Bullshit. Okay, Dreck. Okay, Dreck, okay. So habe ich. Bin ich gut dabei. Ach Mann. Dann gibt es noch eine blaue Kugel, das ist Slow Motion. Geht es ein bisschen langsamer. Oh, Football 300. Football Bonus hier. Slow Mo. Da läuft so schön geschmeidig ab hier. Ach komm, gib dir noch zwei auf einmal. Okay. Ah, den Gold habe ich verpasst. Okay, 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 okay. Und was bin ich? Score? Gibt es eine Weltrangliste oder so? 6.000. Ich hatte, glaube ich, schon mal 7.000. Steht da irgendwie wo was? Stehen wir nicht, oder? Da stehen wir nicht. Einmal noch. Also so zwischendurch, ich finde das echt, ist es eine lustige Idee. Hier ist Slow, okay. Das ist ja natürlich easy, easy. Aber ja, wenn man den Ball nicht swish erfängt, hat man schon keine Zeit, dass man dem Nächsten überhaupt nicht hinterherkommt. Ihr seht, das ist schon vorbei. Jetzt ist der auch noch weg. Dann verliert man gleich zwei Wälder auf einmal. Aber ich glaube, ich bin besser. Oh Mann. Ja, Bullshit. Was ist das? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh Mann. Oh Mann. Aber besser als vorher, oder? Ja. Ja. Cooles Ding. Cheers wieder. Sieht auch nice aus. Mal kurz ins Main-Menü. Hilfe brauche ich nicht. Levels. Checken wir mal die Levels aus, was hier so geht. Ah, was ist das? Okay, ich habe ja schon ein bisschen was gespült vorhin. Ich glaube, das ist schon mal getestet. Okay, Ziel ist 7.000 Punkte. Ja, hier wieder. Ja, hier wieder. Was weiß ich schon sehr. Ich bin wohl noch so. Ich gehe noch viel. Komm schon. Komm schon. Cardi-Champion. Aber trotzdem. Wie gesagt, ich muss es echt immer wieder sagen. Ein billiges Arcade-Spiel. Aber sowas feierlich. Könnte natürlich günstiger sein als 7 Euro. Ganz klar. Kannste nur für 1 Euro geben. Aber, ja. Ich finde es lustig. Solange es Spaß macht. Das ist die Aufnahme für mich. Ach man, gibt dir das? Das ist auch scheiße. Dieses Beschissene links und rechts. Jetzt schaffe ich den Rekord noch nicht mehr. Der klingt hier aus dem Fall ab. Es ist ein Mist. Wie viele Punkte habe ich denn? Uh, noch mitgenommen. Habe ich 7.000? Ich glaube nicht, oder? Ach, fuck. Ganz schön schwer, Mann. Ganz schön schwer. Das ist dieses links und rechts. Das hat mich rausgebracht. Das habe ich schon gedacht. Ich habe zu viele gepasst. Ich habe zu viele gepasst. Oh, hier. Das läuft auch. Hier und dies läuft. Ah, fuck mal, wenn ich sowas sage. Immer, wenn ich sowas sage. Mh, 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 mh. Jetzt habe ich das Auto. Das ist doch viel besser gewesen. Hier. Easy. Bam. Bam. Next Level. Hau her. Mach noch eins. Ich weiß nicht. Macht einfach Spaß. Kann man nicht erklären. Wenn Spaß macht, macht Spaß. Wenn nicht, dann nicht. Oh, das Genaue glaube ich es nicht. Respect the Coach. Sehr wichtig. Respect the Coach. Geht hier noch. Oh, was ist das? Lila da? Die hatte ich noch gar nicht, die Lila. Die sind Abzug. Ach, halt zu jetzt. Kein Bock auf die Story hier. Oh, und Feuer. Okay, da hinten. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Und Feuerball. Feuerball. Okay. Oh, jetzt sind die Goldenen da sind. Mach ich sie einfach. Das war nicht. Alter, nur Luftwurst. Ich habe jeden erwischt, oder? Ha, besser geht es gar nicht. Top. Wow. Ja. Ist cool. Reicht doch wieder. Reicht doch wieder. Echt ein witziges Spiel. Aber ich packe das mit der Brille, mich lange links und rechts. Oder mich mit dem Ding zu schnell zu bewegen, das packe ich. Da merke ich schnell ein Schwindelgefühl bei allen Spielen. Also ich kann nur mehr so Spiele spielen, wo ich echt ruhig bleiben muss. Also dieses links und rechts, das ist schon grenzwertig bei mir. Aber trotzdem. Lustiges Spiel. Arcade Spiel. Wer eine Brille hat. Empfehle ich auf jeden Fall. Das ist witzig. Hat jetzt glaube ich 7 Euro gekostet. War im Angebot. Von 10 runtergesetzt. 7 oder 6 Euro. Auschecken. Ja. Wenn ihr Brille braucht. Unter der Beschreibung. Ist ein cooles Ding. Überhaupt die Oculus Rift. Ich feiere die. Nettes Spielzeug. In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zugucken. Euer Mr. Mike. Boom. BUUUH� Senai Shinjaxx fast.